ja marion fetters an meiner seite ich grüße dich recht herzlich wir kennen uns auch schon von der fashion week berlin einige male und heute habe ich gehört im hintergrund hat jemand über dich gesagt heiße outfits was hast du selbst dazu nicht nur dass ich heute auf einem sehr schönen event eingeladen nämlich von elisabetta franzi das ist ja der red carpet room sozusagen weil es gibt nur sehr wenig red carpet collections aber hier am neuen wahl findet man das und die ist natürlich dafür bekannt dass sie sehr viel glitzer macht und sehr viel tolles habe ich gedacht da darf ich natürlich nicht abfallen ja und muss ein bisschen gegenhalten oder mitgehalten ist das eine eigenkreation wenn man die mal ein bisschen die kamera das ist ja das ist auch eine elisabetta franzi kollektion die euro auf ibiza gekauft ehrlich gesagt das ist ja unglaublich da habe ich gedacht ziehe ich die heute mal an also sie war dir schon vorher bekannt bevor du sie präsenz mäßig heute triffst ja lange verfolge auch die sachen die sind wirklich toll ja darf man über dich noch was erfahren gibt es was schönes was du machst im moment oder ankündigen möchtest in eigener sache freuen uns immer ich habe heute hochzeitstag eigentlich hätte ich heute gehabt 22 jahre 14.07.2000 ein besonderer aber mir geht es gut alles geht weiter und ich habe schöne projekte die ich selber verfolge also alles in ordnung wenn sie dann aktuell werden bitte gerne bei uns das mache ich dankeschön und herzlich willkommen schönen abend abone ol 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 abone ol